Kling! Bing! Nein! So! König der Soße! Wiederholung, verdammt! Oh! Hallo Clint! Ha! Ah, okay, wegen dem Erz. Ja, okay. Überspringen wir! Oh, ich habe außerdem meine Leistung unten gedrückt. So! Erstmal gießen! Aus den Seeds gerade kam Dandelion raus. Oh! Ja! Und jetzt konnte ich neue Seeds craften. Und sie anpflanzen! Weißt du, ich klicke hier auf ein Feld. Ich klicke oben links aufs Feld. Und er gießt unten rechts. Da wo du hinklickst. Nee! Du kannst dir das auch im Menü anzeigen lassen, wo du hinklicken willst. Ja! Stimmt, mit Shift geht es. Mit Shift? Oh ja! Hm. Ich klicke einfach nur, wenn er das auf das Feld. Ja, ich auch, aber es buggt auch manchmal. Ja. Ich habe das so angestellt, dass vor mir immer so ein rotes Viereck erscheint. Ohne Schiff drücken. Nein, heute ist Mittwoch, wir können keine Samen kaufen. Na, da muss man das Feld wohl selber besamen. Also holen Sie runter, Jungs. Oh, oh, oh. Ich habe besamen gesagt. Nee, wirklich. Ich wäre auch dafür, dass wir uns alle zusammen erstmal die Rucksäcke kaufen, damit wir ein Inventar haben. Dann Hühnerstall oder so. Wie wäre das? Ja. Das ist ja eine gute Idee. Können wir auf jeden Fall wieder machen. 2000. Oh, schön. Äh. Sich einen, seinen Weg schmieden. Wenn du weitere Erze abbaust, solltest du einen Schmelzofen bauen können. Stelle einen Schmelzofen. Ah, siehste, ich wollte ja zum Schmied, dass er mir meine Geode knackt. Ach, den Schmelzofen können wir schon bauen? Ach so. Ja. Ich dachte, den müssen wir noch freischalten. Oh, und wir haben einen Brief von unserer lieben Mutti bekommen. Angeli, wie geht es dir, mein Schatz? Hahaha. Ich vermisse dich so sehr, seitdem du weggezogen bist. Ah, ja. Stimmt, wir haben auch neue Aufgaben. Schlulz. Hm. Hm. Oh, der Marlon hat auch wieder was geschrieben. Wir müssen zehn Schleime töten. Yay. Dann werden wir in den Club der... Totendichter? Keine Ahnung. Der, der, der Abenteurer, glaube ich, aufgenommen. Sekte, Sekte. Ah. Los, endlich mal der Arzt hier. Ja. Ach, warte, muss ich hin. Ja. Der Letzte, den ich noch irgendwie kennenlernen muss. Moin. Du hast dich heute noch nicht fertig. Ja, weil der Arzt, die da war. Mache jemandem ein Geschenk. Hier, bitteschön. Das ist ein nettes Geschenk. Danke dir. Hm. Oh, heute hat Vincent Geburtstag. Wer ist nochmal Vincent? Vincent war der kleine, der Knirps da. Okay. Bei der Schule. Kleine Jungs interessieren mich nicht. Okay. So, dann lesen wir auch mal den Brief. Oh, Money. Ah, wir haben Geldchen bekommen. Ja. Ich hab Geld aus meinem Brief bekommen. Was? Ja. Okay. Ich hab 500 Gold aus dem Brief bekommen. So, ich habe was dem Museum gespendet. Schön. Ah, ich hab schon wieder meine... Gary donated Amethyst to the Museum. Und Topaz. Yes. Schön. Ach ja, die Bücher, die können wir auch noch suchen. Oh Gott. Ne, ich glaub die Bücher kommen ja später tatsächlich. Ja. Aber... Äh, ne. Kann man die jetzt schon finden? Ja. Ich hab bereits zwei Bücher gespendet. Hä? Echt? Ja. Gespendet? Ja, dort ins Bücherregal gestellt halt. Ach so. Okay. Ich dachte, die kommen erst später. So. Wilderzeugnisse keine. Ach ja. Erstmal Holzfällen. Abigail. Oh, schön. Nicht viel geschlafen. Okay. Was hat sie gemacht? Was willst du? Oh Gott. Sie hat nachgezockt, würde ich sagen. Genau. Ja, entweder das oder so wie sie natürlich aussieht, denke ich mal, hat sie ihr was... Ungültige Positionen, was? Dem Antichristen geopfert. Äh, Prozessgeos. Man kann auf der Wildfläche keine neuen Bäume pflanzen. Auf der was Fläche? Auf der Wildfläche unten im Hof? Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ging grad nicht. Ah ne, ich hab hier keine Geoden mehr. Ja, ich bin grad am Geoden processen. Ach man. Okay, was brauch... Oh. New reward. Schlammstein und Auri Pigment. Komisches Wort. Hallo Lea. Hallo. So spricht Lea nicht. Hallo. Lea, geh weg, du bist gruselig. Okay, das rostige Schwerter packen wir mal auf eins und dann den Rest dahinter. So. Weiß nicht, das hat man sich irgendwie so angewöhnt wie bei Minecraft so. Ja. Ja. Alter, was hast du denn alles schon in... Was hast du denn alles? Ich hab unsere acht Geoden mit dabei und lass die jetzt einfach alle mal knappen. Ach so. Ja. Ach so. Eine Phänusmuschel. Oh, schön. Eine Miesmuschel. Noch schöner. Oh. Oh, da ist dieser komische... Wie hieß der Typ? Elliot. Oh. So. Ach, du stehst doch heimlich auf Elliot. Oh. Äh, nein. Gar nicht wahr. Da? Bambusstange, okay. Bambusstange, okay. Ja, bei mir bist du gerade so lang gelaufen wie in dieser Angelanimation, wo er so steht. Ne? Ja. Ja. Wo er halt die Angel eigentlich auswerfen sollte. Okay. Bist du gerade wie Michael Jackson an mir vorbeigelaufen? Das muss ich nach bei deiner Aufnahme gucken. Ja, voller Moonwalken und dann so, ähm, Sekunde. Treffer. Hits. Du, 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 du. Pling. Eine Sardini. Eine Sardini. Eine saftige Sardini. Eine Sardini. Wir müssen übrigens auch mal gucken, was wir eigentlich noch spenden müssen. Wir haben ja... Ja, dem Museum. Äh, nicht dem Museum, sondern, ähm, den Junimus. Oh ja, das sollte man vielleicht mal tun. Ach, den Viechern, genau. Ja, genau. Vor allem, wenn wir eins abgeschlossen haben, kriegen wir auch die anderen. Ja. Und da müssen dann ja auch sonst was rein. Wir brauchen für den Frühling einen Meerrettich, eine Narzisse, einen Lauch und einen Löwenzahn. Gary, geh schon mal zum Lauch. Also... Obwohl, nee, Kampfi geht zum Lauch. Er wiegt nur 55 Kilo. Fuck you. Ha, ha, ha. Ha. Taylor wurde aus dem Server gekickt. Was? Ach so. Das ist mein Server. Wegen Mobbing. Ja, echt? Die Wahrheit ist kein Mobbing. Doch. Ein bisschen schon. Moment. Abigail, die steht... Was? Warum steht die vor einem... Grabstein? Was willst du? Ich will dich. Gleich hier und jetzt. Alter. Das ist eine kinderfreundliche Sendung. Glaub ich. Ich weiß nicht, ich versuche das immer so wie Gron, der hat sich auch immer an sie so herangeschlichen. Hm. Ne, so von hinten und dann an seine Haare, äh, an ihre Haare so. So macht man das. Voll Creeper, creepy mäßig. Er hat auch bestimmt Pandoria kennengelernt. Ja, natürlich. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, garantiert hat er seine Freunde so kennengelernt. Da muss ich gerade so ein bisschen an... Aha. Seinen Minecraft LP denken, als er Trash Tasmanien dabei hatte. Ja, genau. Alle dachten so. Ist das seine Freundin? Ja. Moment. Voll das riesen Mysterium. Ja, warte. Oh nö, du hast schon angepflanzt. Hier hinter der Vogelschalt ist es noch. Ich hab Dünger dabei, Mann. Ich hab Dünger dabei. So ein Düngemittel. Idiot. Fuck you. Was? Ich hab gar nichts gesagt. Ich geh jetzt schlafen aus Protest. Oh, ich hab ne Sequenz. In der Nacht. Oh nein, Louis sucht den Müll. Was? Louis sucht den Müll. Der durchsicht den Müll. Okay. Okay, wenn man das überspringt... Sagt man ihnen nicht eigentlich was? Okay, wenn man überspringt, hat man auch keine Interaktion mit denen. Okay. Was? Wo seid ihr? Ne, nicht Louis. Sorry. Wie heißt nochmal der Obdachlose? Äh... Linus. Linus hat grad den Müll ich sucht. Und ich weiß, dass man eigentlich nicht spricht. What the fuck hast du hier alles im Haus? Hä? Warum stehen hier vier Kakteen und vier Lampen im Haus? Hast du uns unsere Einrichtung gezockt? Ich glaube schon, ne? Du Schwein. Moment. Leute, du hast mir sogar meine Fenster gezockt. Moment. Ähm... Ey, der hat mir... Ich hatte auch... Ja, jetzt... Jetzt sagt er dir wieder ein, was? Gute Nacht. Ey, der... Du Lurch. Du Lurch. Vier Kakteen. Ich füll mein Fenster zurück. Gute Nacht. Vier Kakteen. Er glaubt mir, das ist... Ersch. Das Fenster, Junge. Ersch. Echt. Du hast dich doch das letzte Mal gefragt, wo deine Lampe ist. Ja. Ich weiß es noch, in der letzten Folge... Äh, wo ist eigentlich meine Lampe hin? Da hab ich doch gesagt, du hattest doch gar keine. Ja. Bis ich dann in dein Zimmer kam. Hm. Komisch. Was hast du in meinem Haus gesucht, Kampfi? Ich habe dich gesucht. Ne. Ich war doch in der Stadt. Nein, nicht E-Parsnip. Missing. Favourite Ex. Oh, Robin sucht ihre Ex. Oh, Robin sucht ihre Ex. What? Robin sucht ihre Ex oder seine? Die Axt sucht sie. Achso. Ach, die Axt. Jetzt nehme ich aber... Jetzt nehme ich aber nicht alles, ne? Das sind teilweise auch Gary's. Ja, ich nehme mir das, was mir gehört. Eine Lampe und mein... Mein Boarded Window. Vor allem, du hast hier ein zu genageltes Fenster geklaut. Na, warte. Moment, ich komme auch gleich. Im Kassobüro kommt. Warte nur. Warte nur ab. Die Strafe kommt. Komm, wir bauen ihn zu mit dem Zaun. Genau. Fünf Schichten. Oh, kein Wasser. So, erst mal kießen. Heute können wir richtig viele Samen kaufen. Natürlich. Oh, ja. Auf zur Samenbank. Da kann man so richtig geil unser Feld absahmen. Okay, ich kriege gerade Workshop-Vorschläge bei Steam für Stadio-Vers. Und das eine, da nennt sich Rollerball. Sie soll es kießen. Nein. Nein. Rollerball ist was? Sieht eigentlich mehr aus wie so eine, so eine, so eine Animation von hier. Ah, wie heißt es jetzt? Ja. Das ist die Star... Huch. Okay, Gary spielt Starry Valley. Ja. Das war eigentlich Rocket League. Hä? Komisch. Verschwunden. Hey. Meine Axt. Suche. Finde Robins Axt. Wo ist die nochmal? Ich weiß. Ich weiß es noch. Irgendwo in den Wäldern, ne? Ja, genau. Runden rechts. Ja. So. Ah, Katzi. Hast du ne Katzi? Ja, ich hab ne Katzi. Katze. Achso. Ja. Eine Pussy. Aber ich hab ne Katzi. Oh, ich hab ne Katzi. Oh, ich hab ne Katzi. Oh, ich muss drüber. Ich hab ne Pussy. Vaushilfe gesucht. Hm. Tudi duh duh, tudi duh. Ok. 90 Gold, wenn wir dreimal Heringe abgeben. Bei Willy. OK. Nice. Haben wir Dreiheringen? Ne. Ich suche immer noch mal die Wildnis Erzeuge für die Abgabe. Oh, was? ein Katalog für Möbel. 30.000 Gold willst du mich verarschen? Den braucht man nicht. Den braucht man nicht. Nee. Das kann man sich gönnen, wenn man das Spiel fast durch hat. Ja. Öl. Allzweck Kochöl. Oh, schön. Reis, Weizmehl, Zucker. Du hast nicht mal eine Küche. Ja, aber hey, warum sollen wir das nicht kaufen können? Oh, darauf erst mal ein paar Frühlingszwiebeln. Was? Ja, ich finde hier gerade Frühlingszwiebeln. Oh nein, mein Vater kocht heute Abend das Abendessen. Oh, ich habe Robins Ex gefunden. Ja. Frühlingszwiebeln brauchen wir tatsächlich gar nicht. Ja, die kann ich einfach verhökern. Oder essen. Löwenzahn, Narzisse und wilden Meere, dich bräuchten wir. Oh Gott. Ja, die sind bei mir in der roten Truhe drin. Moin. Ah, okay. Dann gebe ich die gleich mal ab. Ich habe noch 30 Blumenkohl-Samen gekauft. Oh, ein Specht. Ein Specht. Ah, ein Buch. Ja, ist recht. Ganz schön, doch Bücher. Da zieht es mir am Bein. Hast du Geld in der Tasche? Wer vorhin ist das? Wenn du, wenn du ein Specht hörst. Äh, Katzin. Ja, das ist super, Katzin. Ne, äh, wenn du, wenn du ein Specht hörst, das ist immer so, 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 so ein Sprichwort bei uns. Wenn du ein Specht hörst und Geld in der Tasche hast, dann hast du immer Geld in der Tasche. Aha. Verdammt. Ich habe gerade, wir haben nur noch 21 Dollar. Na ja, aber wenigstens haben wir Geld. Das stimmt. Mehr als am Monatsende. Na, verdammt. So. Aber bald werden wir wegen Geld schwimmen. Ach, wir haben ja Dünger, ne? Ja. Dünger, Dünger, Dünger. Sollte ich vielleicht auch mal benutzen. Kampfkartoffeln spielt Stardew Valley. Was macht ihr? Nichts. Irgendwas bewegt sich darin. Warte, ich muss mal gucken, dass ich irgendwo Robin finde. Die ist wahrscheinlich in ihrem Shop oder beim Yoga. Ah, die wird in ihrem Shop sein. Die Yoga-Tante ist da gerade unten rumgerannt im Haus. Ah. So, ich bin jetzt auch mal auf dem Weg zur Axt. Ja. Zur Echse. Ich schließe noch den neuen Blumenkohl. Blumenkohl, Blumenkohl. Oh, da ist Lea, hallo. So, und dann gehe ich mal ans Angeln. Nee. Gar nicht. Hol mal ein schönes Dörr raus, du. Ja, lieber drei Heringe. Ja. Na gut, dann mach mal drei Heringe. Finde ich vollst, vollsthaft, der Digga. Ist das jetzt platt oder hannoveranisch? Äh, das ist, das ist mehr so der Hamburger. Ja. Der Hamburger Dialekt, die stolpern ja über Spitzens da ein, weißt du. Ach du, meine Güte. Ich brauch noch ein... Löwenzahn tatsächlich. Hm. Äh. Ja, scheiße, ne? Wo war noch mal die Axt? Finde ich schon. Äh, die ist... Ganz unten rechts. Bei dem unten rechts? Ja. Hoppla. Far верn. Äh. Und krisch. Das ist mehr so.